Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu deinem fundamentalen Check. Ich habe mir gedacht, Mensch, wenn der Marcel so ein tolles Format wie den Chartcheck machen kann, können wir uns doch zusammen noch die 10 letzten Unternehmen anschauen, die es nicht in den QuickCheck geschafft haben und wir schauen uns das Ganze fundamental mal an und wir starten mit eurem Platz Nummer 10. Wir starten mit der United Health Club und was macht das Unternehmen? Sie sind ein Versicherer aus der USA und wir schauen uns das mal an, wenn wir hier nämlich, also ein Krankenversicherer, wenn wir hier die Unternehmensentwicklung ansehen, sehen wir, es geht hier wirklich kontinuierlich nach oben. Auch die Schätzungen der Analysten für dieses und nächstes Jahr sagen, also das ist schon mal richtig gut, fundamental scheint es hier zu laufen. Wir sehen auch, wenn wir den Shareholder Value betrachten, sehen wir, dass die Anzahl der Aktien immer hoch ging bis 2005, aber seit 2005 eigentlich konstant rückläufig sind, außer hier 2016, 2017. Wirklich schön. Was sagt die Dividende? Und ja, Dividendeninvestoren werden es einfach lieben, die hier bei der United Health Group mit eingestiegen sind. Das sieht doch sehr, sehr gut, sehr, sehr konstant aus. Wie haben sich die Gewinne entwickelt? Und auch hier sehen wir eine schöne Treppe am Anfang, dann wurde es doch ein bisschen steiler. Und jetzt müssen wir größere Schritte als Aktionäre machen, aber das ist doch hervorragend. Die Ausschüttungsquote ist auch hier immer schön unter 40% und wir sehen auch hier, sie soll sogar tendenziell zurückgehen in den nächsten Jahren und das gefällt uns als Anleger doch richtig. Wie ist die Eigenkapitalquote? Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal als nächstes an und wir sehen, oder das Eigenkapital und wir sehen sogar, das Eigenkapital kann aufgebaut werden von der United Health Group. Weiter geht es dann mit der Bilanzanalyse. Hier schauen wir uns mal die Entwicklung an. Das ist auch immer ein sehr spannender Faktor und wir sehen, dass die Eigenkapitalquote doch zugelegt hat. Dann seit 2011 ist hier wieder rückläufig, rückläufig, aber dennoch hält sich eigentlich das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapitalquote doch schön die Waage. Aktuell ist es 33% Eigenkapital und 67% Fremdkapital. Was sagt die Profitabilität? Und wir sehen, die Bruttomarge ist eigentlich wirklich schön konstant und auch die Netto- und die EBIT-Marge schwankt sehr wenig. Das gefällt mir doch ganz gut. Schauen wir uns jetzt noch die verschiedenen Scores an und da sehen wir auch hier, ja, der Petrovski F-Score, 5 von 9 möglichen Punkten, Dividendenadel, 2 von 4, alle Aktien, Qualitätsscore, 7 von 10 Punkte, High Growth Investing, 3 von 16. Wir haben hier aber auch kein High Growth Unternehmen mehr. Wir sehen auch hier, und das gefällt mir auch wieder ganz gut, die Ausschüttungsquote, wie gesagt, 2016 der Peak und seitdem geht sie tendenziell eigentlich eher immer weiter zurück. Über Umsatz und Gewinnentwicklung hatten wir schon gesprochen. Hier sehen wir auch, ja, nochmal die Analystenschätzungen und das gefällt mir doch hier wirklich sehr, sehr gut. Es geht schnurstracks nach oben und dafür ein KGV unter 20. Gefällt mir doch sehr gut. Schauen wir uns nochmal die Visualizations an und hier sehen wir der TraderFox Qualitätsscore, 15 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren lag bei 22,38%. Dividendenscore, 14 von 15 Punkten. Das einzige, was bemängelt wird, ist die relative Stärke. Der Wachstumsscore, ja, wir haben es schon festgestellt, es ist kein Wachstumsunternehmen mehr, aber dennoch 8 von 15 Punkten. Das kann sich sehen lassen. Fassen wir zusammen. United Health ist ein Versicherer aus der USA und sie sind wirklich extrem erfolgreich, was man einfach bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung sieht. Für mich ist das Unternehmen Einkauf, wenn die fundamentalen Daten passen. Jetzt machen wir weiter mit Schrauben. Wir schauen uns nämlich Fastenal an und auch hier bin ich mal gespannt, was uns heute der Qualitätsscore sagt. Und auch hier 15 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance der letzten 10 Jahre 11,88%. Und auch hier geht es wieder eigentlich nur strax mit den Umsätzen, nur nach oben. Die Nettogewinnmarge schwankt kaum. Das ist natürlich sehr gut. Das ist ein schöner Indikator dafür, dass wir hier ein sehr langlebiges und robustes Geschäftsmodell haben. Der Dividendenscore, 15 von 15 Punkten. Auch hier gibt es nichts zu meckern. Es geht immer wieder nach oben, aber das schauen wir uns gleich nochmal mehr an. Wachstumsscore, 11 von 15 Punkten. Okay, wir haben nicht mehr so ein starkes Umsatzwachstum und auch die Performance in den letzten Monaten lässt etwas zu wünschen übrig. Aber sowas können natürlich auch tolle Einstiegszeitpunkte sein. Wir schauen uns das nochmal an. Die Unternehmensentwicklung. Klar, der Rücksetzer zur Finanzkrise, aber es geht eigentlich nur nach oben. Und Analysten rechnen sogar damit, dass im Jahr 2022 und 2023 es nicht zu einem Rückgang, der vielleicht Corona-bedingt sein könnte, kommen soll. Das gefällt mir hier auch ganz gut. Die Anzahl der Aktien geht kontinuierlich immer wieder zurück. Die Dividende, wir haben es schon gesehen, auch sehr, sehr schön am Steigen. Vermutlich gab es hier mal einen Aktiensplit oder eine Sonderdividende. Die Gewinne, auch hier, es geht eigentlich wie am Schnürchen bis auf die Finanzkrise immer kontinuierlich nach oben. Und wir sehen das hier Unternehmensentwicklung. Und jetzt schaut euch mal die Gewinnentwicklung an. Also das läuft Hand in Hand. Die Ausstattungsquote ist jetzt auch unter 80%. Das finde ich auch sehr schön. Und Eigenkapital schafft das Unternehmen auch aufzubauen. Schauen wir uns das KGV an. Und wir sehen, wenn wir hier mal so einen Strich ziehen. Ja, klar, jetzt ist das Wachstum weniger geworden. Und das ist natürlich dann auch nochmal ganz wichtig. Wird das Wachstum weniger, sinkt das KGV auch tendenziell. KUV ist auch hier immer so eine wellenartige Bewegung. Die Dividendenrendite, ja, es gab das Unternehmen schon mal mit einer fast, ja, Vierer, ja, sogar über 4% Dividendenrendite. Was haben wir noch? Wir sehen die Bilanzanalyse. Auch hier sehen wir wieder, die Eigenkapitalquote wird eigentlich immer konstant abgebaut. Fremdkapital wird aufgebaut. Hier ist natürlich wichtig, schau mal in den Geschäftsbericht rein, schau dir die Interest Expense an. Die Bruttomarge scheint etwas rückläufig zu sein, aber die EBIT und die Nettogewinnmarge scheint doch tendenziell eher ausgebaut zu werden. Schauen wir uns weiterhin noch die Scores an. Und hier sehen wir auch nochmal, ja, Petrovski F-Score 5 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktienqualitätscore 10 von 10 Punkten. Dann Dividendenadel 1 von 4 und 6 von 16 bei dem ganzen Thema High Growth Investing. Jetzt schauen wir uns an Wutzix. Ich bin ziemlich gespannt. Ich kenne das Unternehmen so an sich noch gar nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen die eigentlich? Engages in Design, Manufacturing, Marketing and Sales and Supply of Argumented Reality Variables. Also hier natürlich ein totaler Zukunftstrend. Und wir sehen hier, da scheint was dran zu sein. Dieses ganze Thema scheint doch mehr und mehr zu steigen, weil wir sehen auch hier, die Umsätze sollen jetzt doch in die Höhe schnellen. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Wir sind hier immer noch nicht im Milliardenbereich. Wir sehen die Anzahl der Aktien. Das ist normal bei Wachstumsunternehmen. Steigt eigentlich kontinuierlich. So was hat man noch bei Salesforce zum Beispiel. Dividende gibt es noch keine. Gewinne sind eher hier Verluste. Aber das muss man natürlich als Wachstumsinvestor auch, naja, muss man hier auch mit in Kauf nehmen. Was sehen wir hier? Das KGV ist auf astronomische Höhen angestiegen. Also vermutlich hätte man hier unten mal ein bisschen einsteigen sollen. Ich meine das KUV, nicht das KGV. Jetzt ist das KUV natürlich, ja, 1. März. Ihr seht es selber, 197. Das KGV, ja, meist vermutlich auch negativ durch die Verluste, die hier noch geschrieben werden. Also mein Investment wäre es jetzt fundamental gesehen nicht. Wir haben aber eine schöne Eigenkapitalquote. Schauen wir uns noch die Scores an und was die Analysten erwarten. Wir sehen hier, also 0,04 Milliarden US-Dollar werden erwartet. Das KGV weiterhin negativ. Wir sehen auch hier, ja, der Petrovski F-Score 3 von 9. Also auch nicht wirklich toll. Alle Aktienqualitätsscore 2 von 10. Dividendennadel 0 von 4. High Growth Investing auch 5 von 16. Also ich vermute, wir haben hier ein hoch spekulatives Unternehmen. Schreibt aber auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Unternehmen haltet. Als nächstes hattet ihr euch gewünscht Apple. Und Apple ist natürlich sowas wie der Dauerläufer geworden. Und wir sehen es auch hier, wenn wir uns mal anschauen, wie die Umsätze hier eigentlich hochgesprungen sind. Es ist unglaublich. Und seit 2012 betreibt man richtig aggressive Aktienrückkäufe. Die Dividende legt auch ordentlich zu. Analysten vermuten, dass man nächstes Jahr auch einen enormen Sprung machen wird. Der Gewinn je Aktie zieht auch ordentlich an. Aber das liegt natürlich auch viel mit an den Aktienrückkäufen. Die Ausstüttungsquote immer schön unter 30%. Das gefällt mir doch ganz gut. Eigenkapital wird natürlich schön abgebaut. Aber warum auch nicht? Man hat Cashflows. Die sind extrem stark. Und starke Cash Positions. Das KUV. Und auch hier sehen wir, ja, nach der KUV, das ist völlig in Ordnung, aber schon doch oben eher am Trend. Wir sehen auch hier aktuell, das KGV zieht wieder an. Also schaut mal, es gab im Jahr 2013 Apple für ein 9er bis 10er KGV. Und jetzt sind wir auch schon wieder tendenziell darüber. Das KGV im Schnitt. Und hier sehen wir, dass es zieht wieder an. Also viele Anleger flüchten vielleicht auch in Apple. Oder sie sehen da auch etwas, ja, das einfach bei diesen 2 Billionen US-Dollar Market Cap einfach noch nicht Schluss ist. Wir sehen auch hier, Analysten rechnen mit steigendem Umsatz, steigender Dividende, steigendem Gewinn je Aktie und natürlich daraufhin auch ein sinkendes KGV. Schauen wir uns noch die Daten an. Das interessiert mich natürlich jetzt auch nochmal. Was sagen die Scores? Petrovski F-Score 6 von 9 möglichen Punkten. Alle Aktien Qualitätsscore 10 von 10. Und ja, man muss auch wirklich sagen, Apple ist ein qualitativ hochwertiges Unternehmen. Dividendenadel 2 von 4. High Growth Investing 3 von 16. Schauen wir uns jetzt mal noch hier die Visualizations an. Und da sehen wir Wachstumscore. 10 von 15 Punkten. Also wir haben ja ein Unternehmen, was nicht mehr so stark wächst, aber das ist ja auch völlig normal. Durchschnittsperformance trotzdem in den letzten 10 Jahren 25,56% und hättest du 1000 Dollar im Jahr 1980 investiert, wären daraus schon fast eine Million Dollar geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Was wird bemängelt als Umsatzwachstum? Wir schauen uns mal den Dividendenscore an. Auch hier 13 von 15 Punkten. Also wirklich enorm, was das Unternehmen hier leistet. Der Apple Qualitätsscore 13 von 15 Punkten. Und wir sehen auch hier die Schere zwischen dem Kurs mit der Dividende und ohne die Dividende. Als nächstes habt ihr euch gewählt oder gewünscht Pfizer. Pfizer ist natürlich groß, auch wegen dem Impfstoff mit BioNTech hier im Moment in den Schlagzeilen. Wir sehen ein Qualitätsscore 11 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance, man hat nicht den Markt geschlagen, 6,05% im Schnitt, das gefällt mir nicht. Und wir haben es gerade bei Apple gesehen, hier wären aus einem Investment im Jahr 1980 fast eine Million Dollar geworden. Bei Pfizer wären das nur knapp 40.000 Dollar geworden. Das gefällt mir auch nicht. Die Umsätze tendenziell rückläufig und auch die Nettomarge schwankt. Der Dividendenscore oder der Dividendencheck 13 von 15 Punkten. Der Wachstumscore, ja magere 4 von 15. Es geht hier nur noch vermutlich eher abwärts, wenn nicht sogar, ja vielleicht nur noch ein bisschen seitwärts von Pfizer. Was sehen wir hier? Man kauft Aktien zurück, aber schafft es nicht die Gewinne auszubauen. Und das gefällt mir persönlich nicht, weil wir sehen, dass auch hier, naja, jetzt soll es mal wieder hochgehen, auch natürlich impfstoffbedingt. Die Dividende wird aber kontinuierlich angehoben. Ich vermute nicht, dass es hier zu einer Dividendenkürzung kommt. Wir sehen, das KUV geht auch langsam wieder runter und tendenziell eher seitwärts. Das sehen wir auch hier. Eigentlich seit 2015 seitwärts. Das KGV, ja, es läuft, es läuft, es läuft und ist meist unter 20. Aber ich glaube, man hat ja einen Riesen, ich würde mir vielleicht auch hier andere Pharmaunternehmen anschauen. Wir sehen auch hier dieser Einmaleffekt, ja, Corona-Impfung 2021 und dann geht es auch schon wieder zurück. Für 2023 erwartet man wieder steigende Umsätze. Aber ob das wirklich passiert, ich vermag es nicht zu sagen, ich kenne aber auch die Pipeline von Pfizer nicht. 5 von 9 Punkten, sagt Petrovsky, 4 von 10 aller Aktien. Dividendenadel natürlich 4 von 4, das läuft. Und High Growth Investing haben wir auch nicht, 8 von 16. Schauen wir uns als nächstes ein Dickschiff aus der USA an, nämlich AT&T und du siehst den Qualitätsscore, 8 von 15 Punkten. Also wir haben hier ein Riesenunternehmen, 200 Milliarden Dollar Börsenwert, Telekommunikation und wir sehen auch hier, naja, es geht ein bisschen aufwärts, aber Paul Singer ist ja auch hier gerade investiert mit seinem Hedgefonds und macht den Aktien, oder macht er dem Verwaltungsrat und dem Management hier ordentlich Dampf für die Aktionäre, die investiert sind. Es ist ein Dividendenwert, wir haben eine Dividendenrendite von 7,39%, der Dividendenscore F von 15, also man erhöht ja auch jedes Jahr um 1 Cent die Dividende, viel ist es nicht. Die Performance der letzten 10 Jahre 0,11%, also es gab hier faktisch nur die Dividende und wir sehen, der Kurs wäre jetzt ungefähr bei 50 Dollar angekommen und nicht wo er aktuell steht, bei knapp 30. Schauen wir uns noch den Wachstumscore an, auch 2 von 15 Punkten. Gehen wir jetzt weiter zu Daten & Graphs und schauen uns doch mal die fundamentalen Daten an. Und da sehen wir, wie gesagt, 2019 der Peak, jetzt geht es zurück, aber die Profitabilität soll steigen, das sind vermutlich alles Restrukturierung, man hört ja auch immer, dass die Teile ihres Geschäfts aktuell verkaufen wollen. Die Dividende geht schön schnurstracks in kleinen Stufen nach oben, der Gewinn je Aktie, auch dieser schwankt mal, aber dennoch haben wir hier ein sehr solides Geschäftsmodell, dank einfach AT&T mit ihrem Telekommunikationsanbieter. Die Ausstattungsquote ist natürlich schon sehr hoch, teilweise auch mal über 100% und das gefällt mir natürlich überhaupt nicht, dann hat das Unternehmen nicht mehr die Möglichkeiten, ihre Gewinne auszuzahlen, sondern fängt sogar an, auf Substanz auszubezahlen oder vielleicht müssen sie sogar Schulden machen, um ihre Dividende zu bezahlen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Eigenkapitalquote steigt, also das Fundament, das gefällt mir doch ganz gut, aber sie liegt, und du siehst das hier, nur noch bei mageren 31%. Und wie ist die Entwicklung? Naja, es hält sich eigentlich schon die gesamte Zeit, so seit 2012, die Waage. Schauen wir uns noch die Daten an und da sehen wir auch hier, Analysten rechnen jetzt eher mit sinkenden Umsätzen, dafür sollen aber die Gewinne doch tendenziell nach oben gehen, liegt vermutlich einfach daran, dass man jetzt anfängt zu filetieren und auch, ja, zu optimieren. Das Ganze ist aber auch bitter nötig, denn der Petrovski F-Score 3 von 9 Punkten, alle Aktien Qualitätsscore 3 von 10, Dividenden Adel 3 von 4 und High Growth Investing haben wir natürlich auch nicht, 5 von 16 Punkten. Also, dieses Unternehmen ist ein Dickschiff, das bietet viel Dividende, es ist nicht wirklich teuer, KGVE für 2022 11,7. Naja, wenn wir hier ein Gewinnwachstum hätten, könnte man darüber nachdenken, sich so ein solides Dickschiff vielleicht auch mal in das Depot zu legen. Als nächstes schauen wir uns Pepsi Cola an, hatte ich ja persönlich auch sehr lange im Depot, bin auch wieder am überlegen, ob ich langsam wieder einsteige, bei was mir hier gut gefällt, man scheint hier doch 2017 diesen Turnaround geschafft zu haben, es geht wieder nach oben, im gleichen Atemzug sinkt seit 2002 die Anzahl der Aktien, die Dividenden und das sehen wir hier, wow, was ist das für eine schöne Treppe, liebe Dividendeninvestoren, die Gewinne, die Aktien, sollen jetzt auch wieder in Zukunft anziehen, vielleicht ist auch hier ein bisschen mit die Partnerschaft, die man jetzt mit Beyond Meat hat, berücksichtigt. Die Ausstüttungsquote unter 80%, aber wir haben auch hier natürlich ein Dickschiff und das KUV läuft eigentlich doch schön relativ seitwärts. Das KGV ist auch hier unter 30%, aber natürlich Qualität hat auch ihren Preis, wir sehen nämlich die Bruttomarge, sie schwankt fast gar nicht, das gefällt mir doch ganz gut. Daten und Graphs, schauen wir uns das nochmal an und auch hier sehen wir nochmal, Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr Gewinn, das KGV soll runtergehen, EPS soll hochgehen und die Dividende soll kontinuierlich zulegen und das gefällt mir doch ganz gut bei PepsiCo. Ich persönlich würde PepsiCo immer vor, ja, einer Coca-Cola vorziehen. Petrovski, F-Score 5 von 9 möglichen Punkten, alle Aktien, Qualitätsscore 8 von 10, Dividendenade 4 von 4, High Growth Investing 4 von 16, was sagt uns die Visualization, das gefällt mir doch auch nochmal ganz gut, naja, Wachstumscore haben wir hier nicht. Gucken wir uns mal die Qualität an, 11 von 15 Umsatzwachstum wird bemängelt, aber ich sehe, sie machen doch sehr viel aus diesem Umsatzwachstum, was am Ende als Cash bei uns Aktionären ankommt. Wir sehen die Durchschnittsperformance 7,54%, also klar, es gibt hier nicht mehr zu erwarten als die Marktrendite. Dividende, sie steigt und das ist auch hier immer wieder das, was ich meine. Wir sehen einfach, dass der Kurs doch tendenziell, hier sehen wir es nochmal, ja, ist die Dividende inkludiert, sieht das doch schon mal alles viel, viel schöner aus. Zu guter Letzt, ein Unternehmen, was der Peter bei uns auf der Webseite vorgestellt hat und das ist die ASML Holding. Qualitätsscore, 14 von 15 Punkten, das hohe KUV, ja, wird bemängelt, aber dennoch die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren, 27,21%, 1995, 1.000 Euro investiert, wären daraus geworden, unglaubliche 200.000 Euro, der Dividendencheck, 10 von 15, Wachstumscheck, 14 von 15, also wir haben hier diesen klassischen Schaufelhersteller für die Halbleiterbranche und das scheint zu laufen bei dem Unternehmen aus den Niederlanden. Wir sehen auch hier, Analysten rechnen mit steigenden Umsätzen, steigenden Dividenden, steigenden Gewinnen, das gefällt mir doch alles sehr, sehr gut, hier geht es auch schnurstracks gerade aus. Die Anzahl der Aktien seit 2013 geht es auch hier tendenziell ein bisschen zurück, die Dividende, sie steigt, soll einen hohen Sprung machen die nächsten drei Jahre, Gewinne je Aktie, auch hier tendenziell steigen sie mit der Dividende, die Ausschüttungsquote, immer schön, so um die 30%, das gefällt mir doch sehr gut. Das Unternehmen schafft es, Eigenkapital aufzubauen, das ist auch sehr wichtig, KUV legt jetzt wieder zu, KGV vermutlich jetzt auch so langsam und das ist halt meistens immer so bei diesen gehypten Unternehmen, also man sollte nicht immer versuchen, jeden Trend mitzunehmen. Wir sehen jetzt auch hier, das Eigenkapital sinkt, 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 trotzdem, dass sie es aufbauen, also dass sie das schaffen, das haben wir ja hier oben gesehen, aber dennoch geht man auch davon aus, dass ja, im letzten Geschäftsjahr vermutlich wir schon fast 50-50 hatten. Schauen wir uns noch die verschiedenen Daten und Graphs an und auch hier sehen wir, wie schon erwähnt, also Umsätze sollen zunehmen. Gewinne je Aktie, Dividenden, wir haben Petrovski F-Score, 6 von 9 möglichen Punkten, der aller Aktien Qualitätsscore 10 von 10, Dividenden Adel 1 von 4 und High Growth Investing 3 von 16. So, das war es mit dem fundamentalen Check von Modern Value Investing. Es ist ganz einfach, die nächsten Unternehmen, die wir besprechen kannst, auch du wieder mitbestimmen, indem du bei uns in die Facebook-Gruppe kommst und einfach mit abstimmst, welches Unternehmen in den nächsten Aktiencheck mitzoll, weil die Unternehmen, die es nicht schaffen, schaffen es aber hier in dieses Format. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.